Meine lieben Horror-Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchpad Horror. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zurück zu unserer Paluten-Fail-Fiction. Wir sind schon vorangekommen mit dieser Story. Ich kann's kaum erwarten, weiterzulesen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, wir alle sind ja nicht perfekt, schaut gerne bei der neuen Podcast-Folge rein. Das wäre die doppelte letzte Ecke quasi. Wir haben ja quasi ... also mehrere Ecken. Eine doppelte ist es ja auch nicht. Es sind mehrere Ecken. Nee, doch. Hier ist auch eine Ecke. Da ist eine Ecke. Und da oben ist es theoretisch auch ... Ja, ist auch egal. Also wir sitzen im Prinzip unter einer Dachschräge und da steht eine kleine Couch mit ganz viel coolen ... Stuff. Stuff. Und besucht mich natürlich auch bitte gerne auf Instagram. Schickt mir eure gefundenen Kackgeschichten auf Watchpad. Und für ein paar Highlights schaut bitte auch mal auf TikTok rein. Das würde mich alles sehr freuen. Ansonsten weiß ich natürlich, dass ihr euch genauso gut erinnern könnt wie ich, worum es in den letzten Kapiteln oder im letzten Part ging, den wir uns gegeben haben. Lee hatte nämlich Geburtstag und hat ein ... Was hat sie bekommen? Sie hat Musikinstrumente bekommen und sie sollte dann was vorspielen. Und dann hat sie natürlich eine Highschool-Musical-reife Szene abgeliefert, in der sie natürlich geweint hat und so weiter. Und dann haben wir aufgehört. Und ich weiß natürlich, dass es uns alle so krass interessiert, wie es jetzt weitergeht und was der Grund war, warum Lee geweint hat. Und all das Drama und so sind wir ja sowieso ganz große Freunde von. Deswegen will ich gar nicht so viel weiterreden. Und wir starten gleich hinein ins Fünf-Kapitel. Taddel-PUV. Als Lee anfing zu spielen, hat sie angefangen zu weinen. Richtig multitasking, ja. Als sie dann fertig war, setzte ich mich neben sie und umarmte sie. Hey, warum weinst du denn? Das war das Lieblingslied meiner Pflegemutter. Okay, willst du mir sagen, was passiert ist? Sie nickte und stand auf, nahm mich am Handgelenk und zog mich in ihr Zimmer. Anscheinend soll es nicht jeder wissen. Klar, man bespricht sowas dann ... Also ist doch klar, dass wenn das niemand anderes wissen soll und auch wenn niemand anderes irgendwie denken soll, hm, was ist denn jetzt los, was ist das Problem, soll ich sie danach fragen? Also quasi, wenn man keine Aufmerksamkeit dafür haben will, dann ist es die beste Strategie, vor allem in Tränen auszubrechen, während man ganz melancholisch Klavier spielt und dann den Einzigen, der fragt, am Handgelenk irgendwie mit sich zu ziehen, um das alleine zu besprechen. Und dann kommt wie bei Champagner in Hogwarts, kommen gleich zwei andere Dudes zehn Sekunden später. Hey, über was redet ihr eigentlich? Ist ja ihre Sache. Wir setzten uns auf ihr Bett, ich schaute sie an. Also vor einer Woche wurde ich aus den Unterricht gezogen von zwei Polizisten und Anna, also meine Schwester, hat mir dann gesagt, dass sie an einem Autounfall gestorben sind. Und das soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber ich bin es nicht gewohnt, in so einer kleinen Wohnung zu sein. In Frankfurt hatte ich ein riesen, fast schon eine Villa. Hä? Was ist denn das jetzt schon wieder für ... Was ist das für ein Satz? Erstens, erstens, Freunde, als ob die Polizei, also ihre Eltern sind jetzt, ihre Pflegeeltern sind jetzt in einem Autounfall, bei einem Autounfall verstorben. Die Polizei ruft ihren leiblichen Bruder an, um ihm zu erzählen, dass seine Schwester jetzt zu ihm kommt und literally bei ihm einziehen wird, ohne ihm zu sagen, warum. Was ist das für ein ... Also, als ob er das nicht eh schon weiß, weil das ja mit der Polizei alles geklärt war. Und jetzt erzählt sie ihm, jetzt erzählt sie ihm, nachdem sie ihm so gesagt hat, ja, und ich bin ja so traurig, dass ich jetzt vor allen weinen musste und so weiter und meine Eltern sind gestorben und so. Und jetzt erzählt sie ihm auch noch, ja, nee, äh, und ich bin das gar nicht gewöhnt, halt in so einer kleinen Wohnung zu wohnen und so. Weil, weißt du, also zu Hause, damals hatte ich schon eine Villa und so. Also finde ich jetzt auch nicht so toll, dass ich mich jetzt hier umstellen muss und so. Warum hast du keine Villa? Das ist das Unsympathischste, was ich gelesen hab seit Langem. Obwohl, nee, eigentlich hab ich ziemlich viele unsympathische Sachen seit vor ein paar Tagen oder in den letzten Tagen gelesen. Also, I'm good. Ganz davon abgesehen, dass mir die Grammatik und so halt schon wieder so viele Schmerzen bereitet, dass sie in einem Riesen fast schon eine Villa gewohnt hat. Aber wären meine Pflegeeltern nie gestorben, hätte ich dich und die anderen nie kennengelernt. Was auch schade wäre, weil ihr voll cool seid. Und es wird einfach noch besser, weil sie sagt so, ja, nee, also ich wohne jetzt hier natürlich schon so ein bisschen unter meinen Standards. Aber wisst ihr was? Sonst hätte ich euch ja auch nicht kennengelernt. Und das ist ja auch irgendwie schön. Also, also, bitte. Ich weiß euch schon zu schätzen, aber ihr habt halt auch keine Villa, ne? Und vor allem auch, als ob sie die nie kennengelernt hätte. Also, angenommen, ihre Eltern, ihre Pflegeeltern wären jetzt noch am Leben und so. Warum hätte, also, schließt das das aus, dass sie die kennengelernt hätte? Also, ich weiß ja nicht, ob dann die Familie, in der sie eben aufgewachsen ist und so nicht vielleicht Kontakt hergestellt hätte irgendwann oder so. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so ausgeschlossen ist. Okay, ist schon blöd. Du hast sie gern gehabt, oder? Ich, 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 stell euch mal vor, ihr verliert einfach eure Eltern. Und dann kommt zu jemanden und sagt, ja, ne, ist schon blöd so, ne? Taddel, was für eine Frage. Na klar, hatte sie sie gern. Sie hatte vor einer Soche noch geglaubt, es wären ihre Eltern. Wer hat denn das jetzt gesagt? Hä, wer hat denn das jetzt gesagt? Ist da noch jemand? Also, ja, ich hatte sie sehr lieb. Aber sie sind nicht damit klargekommen, wie mein Style ist und so. Aber egal. Das heißt, sie redet jetzt so, ja, ne, ich hab die schon gern gehabt. Und dann kommt, ja, aber die kam mit meinem Style nicht so zurecht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sage. Bevor ich also sprachlos bleibe, schauen wir in das nächste Kapitel, was den kreativen Titel 6 Kapitel trägt. Sabrinas POV. Wir gingen wieder raus zu den anderen. Ich setzte mich auf die Chaotsch. Palle kam zu mir und gab mir einen Briefumschlag. So, das ist von uns allen. Was ist denn gerade schon wieder los hier? Warum werden die die ganze Zeit Es vergessen? Spielen, allen, wieder. Ist da ein Ding? Ist das eh kaputt? Was ist damit? Ich mach den Umschlag auf und nahm die drei Zettel raus. Nein, das habt ihr nicht gemacht. Das ist doch teuer. Man, Lee, du musst mal auf andere Gedanken kommen. Okay, ich werde jetzt meinen Guess taken, was das ist. Es ist bestimmt entweder, also sie hat gesagt, es sind drei Zettel. Das heißt, es wird um sie, um Palle und um, nee, um sie, um Ardy und um Taddle gehen, wahrscheinlich. Und die werden jetzt zu irgendeinem Konzert gehen und am Ende wird das irgendein VIP-Ticket für One Direction sein. Dann hast du keine Ahnung. Danke, Jungs. Nix zu danken, sagte Dana. Und Lee, was haben sie dir geschenkt? Das wirst du mir nie glauben. Punkt, 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 Punkt. Taddle, sie haben mir einen Flug nach L.A. geschenkt und ihr zwei könnt mitkommen. Und Hotel ist auch mit dabei, sagte dann auch Rewi. Okay, okay, dann habe ich dieses Mal sehr schlecht geraten. Warum sollten jetzt diese ganzen YouTuber eine Mädel, was sie nicht wirklich kennen und von dem sie auch noch gerade eben, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber als die ja angekommen sind in der Wohnung dort, meint sie so, ey, schreit mal nicht so und kommt rein, sonst schließe ich die Tür wieder. Warum würde man so jemandem direkt einen Flug nach L.A. schenken? Like, like, was? Was? Ich kenne euch eine verdammte Woche und ihr schenkt mir sowas. Sie merkt es ja sogar selber. Oh mein Gott, haben wir jemals so viel Selbstreflexion in einer Wattpad-Story gehabt? Weiß ich nicht. Ja, machen wir. Und wann geht der Spaß los? Ähm, in zwei Tagen. Also Artie, Taddle, Lee, Sachen packen. Nicht euer Ernst. Doch unser Ernst. Und ich finde das immer so toll, wenn es um so Sachen geht, wo man so null Zeit hat, sich irgendwie vorzubereiten oder so, null Zeit hat, was zu planen. Also es ist halt ein Flug nach L.A., das ist eine Riesenreise, man muss viel packen, kommt ja auch drauf an, wie lange man da bleibt und was man alles so geplant hat. Und dann ist das so, ja, nee, also übermorgen geht das los. Und stell euch mal vor, sie hätte irgendwie noch irgendwelche anderen Termine gehabt oder so. Und dann, ja, egal, muss jetzt alles abgesagt werden sofort. Vielleicht bin ich da aber auch einfach ein bisschen zu unspontan. Ich meine, ich reise sehr viel, aber ich bereite mich da halt auch immer so ein halbes Jahr vorher schon drauf vor, was ich mache und wie ich was buche und so weiter und so fort. Und dann finde ich zwei Tage, ist ein Halbtraum. Sagten alle gleichzeitig, ich rannte in mein Zimmer und nahm einen Koffer und schmeißte einfach Sachen rein, sowas wie Hoodies und Hosen und ein Bikini und so weiter. Als letztes packte ich meinen Flugpass und das war's. Was ist denn ein Flugpass? Eher Reisepass oder was ist ein Flugpass? Ganz kurz, bevor ich weiterlese, ich denke, dass sie jetzt sowas bringt wie, ja, ich bin ja nicht wie die anderen Mädels, die so Schminke und so einpacken. Ich habe halt nur ganz wenig Sachen, ja, und da brauche ich halt auch nur zehn Minuten, bis ich fertig bin mit Packen. Girl, ich habe auch nicht so viele Sachen, aber ich brauche trotzdem einfach mein, keine Ahnung, meine paar Stunden, bis ich mir wirklich sicher bin, dass ich alles habe. Also, nee, nee. Ich rollte genervt meine Augen und ging wieder ins Zimmer, wo ich den Handy nahm und auf WhatsApp ging. Ich ging auf die Gruppe von mir, Leon und Bina. Die Verrückten. Ich Doppelpunkt. Kommt ihr auf unseren TS bitte? Ich muss euch was erzählen. Leon Doppelpunkt. Klar, fünf Min. Bina Doppelpunkt. Fünf Min. Ich Doppelpunkt. Ok, fünf Min. Tja, was genau dann in fünf Min besprochen wird, werden wir, denke ich, nächstes Mal erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass ihr mal in den ersten drei Links in der Videobeschreibung vorbeischaut und mich überall mal besucht. Und dann, denke ich, werden wir uns, ich weiß nicht, ob wir uns am Mittwoch wiedersehen werden, weil ich ziemlich busy bin zurzeit. Aber wir hören uns auf jeden Fall am Sonntag wieder. Deswegen würde ich erst mal sagen, wir hören uns Sonntag. Bis dahin, L-G-M-E. Und dann haben wir aufgehört. Und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie es weitergeht. Weil Lee, weil Lee, ja. Cool. Warst so schnell, du warst zehn Min weg, sagte Felix in Klammern. Felix. Okay. Alles klar.